Das ist so etwas von A-Click, dieses Bereich. Das haben wir hier so gefunden, das muss ich leise machen. So, hier muss es sein. Ja, so ein blöder Name. Ich leise jetzt nach Obsidianien. So, da noch. Gut, haben wir das endlich geschafft. So. Aber hier drüben ist noch ein Bereich. Was lassen wir? Das ist jetzt nicht zu schlimm. Das geht extrem schnell mit dieser Spätzfrage. Und noch Diamanten. Sehr schön. So. 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 Or berries. So, die da, die da, die können wir so machen, kommen die irgendwie auch, das ist schlecht. So, Kupferohrbring, das ist auch schlecht, da komme ich dann nicht hin. So aber, so. So, noch mehr, die brauchen sehr viel Platz, weil die sich schon ein bisschen schlecht miteinander vertragen. Und natürlich auch Schaden machen, da muss man die auch ein bisschen weiter raus, also, ja die Wege halt dazwischen bauen. Man kann zwar natürlich das locker aushalten, aber dann geht die Rüstung kaputt und so. Das ist auch nicht so gut. So, wenn man jetzt hier entlang geht. Ja. Ja, ja. So. Jetzt hier noch. Gut, ähm, dann ist glaube ich 2 Uhr. Und ich sollte weggehen, aber ich weiß nicht. Ich werde dann werden, wenn die Besserung kommt, die mich abholt. So, mach mal dieses Zeug weg, das wir nicht brauchen. Jetzt. Pumpkins fehlen wir ja nicht. So. 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 Ich krieg mal wieder daneben. Gut, die tun wir hier hin. Ja, das sind die richtigen. Und ja, jetzt können wir die mal essen. Ja. Ja, ich habe nicht so viel Erfahrung, aber trotzdem. Recht gut. Also, wir brauchen hier. Machen wir mal Effizienz runter. Jetzt können wir hier. Seek Touch Fortune. Seek Touch brauchen wir jetzt nicht. Deshalb Fortune. Ja, toll. Hm. Wenn wir jetzt Unbreaking drauf machen. Okay. Haben wir doch noch Fortune. Hier machen wir mal Afterlife an. Nein, wir machen das nicht an. Nein, wir machen das nicht an. Ich habe aber eine bessere Idee. Was wir gegen die... Armut von Bicheregal machen. Wir setzen einfach noch mehr... Wechseln. Wir setzen... ... ... ... ... ... ... ... Ich muss es richtig machen. Nee, ist falsch. Hier hin. So, ja klar. Und jetzt? Hier. Nein. Hier? Hier? Hier. Ich verstehe das jetzt noch nicht. Ja. Das ist gut. Oder hier. Wenn wir es hier machen, dann haben wir hier das Zeugs nicht. Seht ihr? Dann haben wir hier keine frei. Da. Dann kann man den nächsten hier hin tun. Machen wir gleich mal. Dann haben wir keine Lücke frei. Das ist sehr platzsparend gemacht. Ich weiss nicht, ob das noch optimaler geht, aber so ist es doch schon recht optimal. So, haben wir hier noch Essenceberry. Die Essenceberry machen wir runter. Die haben hier nichts zu suchen nachher, wenn sie hier wachsen. Sie sehen einfach nur schäbig aus hier. und der frischen Luft. Ja. Also. Dann haben wir da mal Okay, für mich selbst. Das nächste Mal. Tschüss.